Du wolltest schon immer mal Schlagzeug spielen lernen? Bei uns in der Rhythm Zone kannst du deinen Traum wahr werden lassen. Seit 2002 geben wir im Römer Kastellbad Cannstatt Schlagzeugunterricht. Vom Anfänger bis zum Profi. Wir unterrichten dich individuell mit einem eigenen Konzept am akustischen und elektronischen Schlagzeug. Dabei steht der Spaß am Instrument im Vordergrund. Bei Rhythm Zone gibt es außerdem Cajon-Unterricht. Diese kleine Holzkiste macht unglaublich viel Spaß. Und du kannst damit wie auch beim Schlagzeug Songs begleiten oder bei Bands mitspielen. Wer bei uns Gitarre lernen möchte, ist bei Melody Zone genau richtig. Wir bieten dir Unterricht an der akustischen und elektrischen Gitarre. Noch Fragen? Ruf uns einfach an oder sende uns eine E-Mail. Wir freuen uns, dich bei einer kostenlosen Probestunde kennenzulernen. Wir freuen uns, dich bei einer Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan-Kastellan